In diesem Video sehen wir uns an, wie du Eingaben in Microsoft Excel überprüfen kannst mit Hilfetexten oder anderen Werkzeugen und auf was du genau achten solltest. Viel Spaß mit diesem Video und los geht's an einem Beispiel. Unser Beispiel ist hier eine Standardgeschäftsrechnung und wir möchten diese Eingabe hinsichtlich Artikelbeschreibung näher für den Anwender einschränken beziehungsweise einen Hilfetext, wie hier, bitte keine Zahlen eingeben, einfügen. Wie kann ich das nun machen? Beziehungsweise das ist die sanfteste Methode, um die Eingabe für den Anwender darauf hinzuweisen. Und zwar, indem wir einfach uns mit dem Cursor einen Bereich selektieren oder auch nur eine Zelle und dann über Daten und dort gibt es nun die Datentools und dann wiederum gibt es die Datenüberprüfung. Diese wählen wir aus und dort gibt es nun die Möglichkeit einer Eingabemeldung. Diese Eingabemeldung wird eben durch den Haken Eingabemeldung anzeigen. Wenn die Zelle aktiviert ist oder ausgewählt ist, kann man diesen Haken ein- oder aussetzen und man kann nun einen Titel vergeben und zwar Eingabehinweis bitte keine Zahlen eingeben. Das wäre ein einfacher Begleittext, sozusagen für die Eingabe und wenn ich nun mit dem Mauscursor auf diese Zelle selektiere, erhalte ich nun diesen Hinweis. Warum können nun Kommentare oft keine gute Wahl sein? Auf den ersten Blick scheint die Kommentarfunktion für diesen Zweck viel besser geeignet zu sein, denn sie erlaubt ja das Hinzufügen einer Bemerkung zu einer Zelle. Es ist aber so, dass genau unerfahrene Nutzer diese Funktion aber nicht kennen, weil bei diesem der Hinweistext nur erscheint, wenn man mit dem Mauscursor über die Zelle fährt. Besteht die Gefahr, dass der Nutzer diese wichtige Hilfe einfach nicht sieht oder ignoriert oder auch verpasst. Dazu gibt es aber eine Lösung und zwar der Weg über die Datenüberprüfung. Dagegen ist sozusagen idiotensicher, da der Text auf jeden Fall erscheint, sobald sich der Anwender im jeweiligen Eingabefeld befindet. Das bedeutet, wir können sozusagen den Benutzer zu einer sinnvollen Eingabe zwingen und das mit der Datenüberprüfung durchführen. Dazu selektieren wir wiederum unsere Zelle und sehen bei den Datentools nach und dort gibt es eben diesen Bereich der Datenüberprüfung und dort können wir auch sozusagen eine Fehlermeldung oder auch Einstellungen vornehmen und zwar die Gültigkeitskriterien. Ich kann hier nun angeben, bei den Zulassungskriterien, ob es sich um ganze Zahlen, Dezimalzahlen, Listen, Datum und so weiter handeln sollte. Jetzt kann ich sagen, ich möchte hier nur Texte. Leere Zeilen können ignoriert werden und die Daten könnte man hier auch nochmals hinsichtlich der Länge einschränken. Ich könnte aber auch benutzerdefiniert machen, um eine gewisse Formel zu lassen oder eben auch nur Zahlen. Und zwar hier beispielsweise nehmen wir ein anderes Beispiel und zwar beim Betrag. Sagen wir, wir möchten bei der Datenüberprüfung nur Werte, nur ganze Zahlen und zwar zwischen 0, wobei 0 wenig Sinn macht. Sagen wir für Stornierungen auch, minus 100 bis 1000. Und ich bestätige das nun mit Enter. Und wenn ich nun 2,3 eintippe, erhalte ich nun eine Fehlermeldung, dass dieser Wert nicht den Einschränkungen der Datenüberprüfungen entspricht und somit nicht zulässig ist. Darüber hinaus gibt es nun auch die Möglichkeit und es ist auch eine Empfehlung, im Reiter der Fehlermeldungen, das sehen wir uns als nächstes an, eine eigene Meldung festlegen. Damit wir dieses Problem auch besser erklären können. Da Microsoft Excel oftmals generische Meldungen oder Meldungstexte angibt, wie sie jeder kennt, die oftmals nicht so aussagekräftig sind, gibt es eben auch die Möglichkeit, das individuell zu gestalten. Somit könnten wir nun auch dasselbe, wiederum bei den Datenüberprüfungen, mit einer dezidierten Fehlermeldung definieren. Und zwar könnten wir hier auch das Symbol ändern, auf Warnung oder auch auf Information. Und auch hier können wir nun einen Titel vorgeben. Und zwar bitte nur ganze Zahlen zwischen minus 100 und 1000 Euro eingeben. Und wenn wir nun wiederum einen Hinweis erhalten, bitte nur ganze Zahlen zwischen minus 100 Euro und 1000 Euro eingeben. In manchen Anwendungsfällen kann es aber auch sinnvoll sein, dass zwar auf eine Regelverletzung hingewiesen wird, der ungültige Wert aber doch stehen bleiben darf. Dazu ändern wir einfach bei den Einstellungen beim Typ von Stopp auf Warnung oder Information, wie hier zum Beispiel bereits vorgenommen. Somit hat er die Wahl, das fortzusetzen. In unserem Fall wird die Zahl zwar falsch kopiert, aber für den Anwender gibt es die Möglichkeit der Fortsetzung. Wie du siehst, kannst du mit diesen Werkzeugen oder Techniken deine Microsoft Excel Arbeitsmappe wesentlich verbessern hinsichtlich der Datenüberprüfung oder Dateneingaben. Und mich würde auch interessieren, welche Anwendungsfälle bei dir zutreffen und womit du dich sozusagen herumschlagen musst, wenn Anwender falsche Werte oder auch Werte oder Datenerfassungen falsch durchführen. Schreibe es mir einfach in einen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auch gerne über Ideen, wie man etwas verbessern kann in dieser Vorgehensweise. Und an dieser Stelle vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema näher bringen. Und falls du auch im nächsten Video dabei bist, würde ich mich sehr freuen und wünsche dir bis dahin alles Gute und ganz viel Erfolg.